Welcome! It's me, Jacqueline! Grammatikbegriffe des Englischen Wortarten und Zahlen. Darum soll es in diesem Video gehen. Wörter im Englischen heißen Words. e.g. zum Beispiel Love, Liebe. Das ist ein Wort, das aus den Buchstaben L-O-V-I besteht. Ein Buchstabe ist ein Lettel. Unter den einzelnen Lettels gibt es Consonants, Konsonanten und es gibt Vowels, Vokale. Konsonanten sind zum Beispiel L. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com One, two, three, drei, zwei, drei, drei, zwei, drei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, drei, einsch 1. Vielen Dank.